Kommt ein Mensch mit einem aktiven Leiter in Kontakt, so gibt es drei mögliche Folgen, die zu betrachten sind. Das erste ist ein sogenannter Folge- oder Sekundärunfall. Folge- oder Sekundärunfälle sind am Unfallgeschehen nicht unwesentlich. Wir erklären auf den nachfolgenden Folien, was unter Folge- und Sekundärunfällen zu verstehen ist und was man tun kann. Die häufigste Daseinsform des Stromunfalls ist die Körperdurchströmung mit über 80 Prozent am Unfallgeschehen. Bei der Körperdurchströmung wird ein Teil des Körpers eines Menschen oder der gesamte Körper zum Leiter in einem Stromkreis. Das hat die verschiedensten Effekte, kann gut ausgehend für die Betroffenen, leichte, schwere bis zum Tod hin Folgen haben. Die Einwirkungen durch einen Lichtbogen sind auch sehr gefährlich, insbesondere weil hier die Einwirkendauer sehr kurz ist, aber der verursachte Schaden sehr groß. Hier gilt es besondere Vorsicht walten zu lassen. Im Bereich der Lichtbögen, die man zum Beispiel sehen kann, wenn man einen Staubsauger am eingeschalteten Zustand aus einer Steckdose herauszieht, gibt es auch weitere Folgen für das System. Wenn ich das eben beschriebene Verhalten praktiziere, ich schalte meinen Staubsauger vor dem Ausstecken nicht auf, sieht man, dass in der Steckdose ein kleiner Blitz auftritt. Dieser Blitz ist nicht gleich gefährlich oder schädlich für den Menschen, aber er verbrennt die Kontakte der Steckdose oder im Steckerkontakt. Wenn man das regelmäßig tut, wird die Steckdose gefährlich, weil die Kontaktflächen nicht mehr ausreichend groß sind und es kommt zu einer Erwärmung an dieser Stelle. Jede dieser drei genannten Arten des Stromunfalls kann zu Verletzungen und zum Tod führen. Es gilt also, Obacht walten zu lassen.